Hallo, willkommen bei Klaus Grillt feines Grillen Barbecue. Heute wird nicht gegrillt, heute machen wir nur was, was wir sonst auch immer machen und zwar das Bundesemissionsschutzgesetz brutal missachten. Normalerweise machen wir das mit Rauch und mit gutem Geruch. Heute machen wir das halt mit Lärm und schaut mal hier, was ich für meinen Junior organisiert habe, Turbosburg. Verrückter Scheiß und zwar einen Auspuff für ein Fahrrad, was nachher richtig Lärm machen wird. So sieht die Packung aus. Ich habe die irgendwo beim Discounter liegen sehen. Ich habe die auch im Netz schon gesehen. Kostet um die 20 Euro. Wenn man die aufmacht, besteht die hier aus ein paar bunten Aufklebern, Paketchen, dem Auspuff und ich glaube da drunter ist noch irgendwo, ach die Drille, ein bisschen Haltungsmaterial. Sieht aus wie Metall, ist aber Plaster. Ich muss sagen, wir fangen mal an zu bauen. Hier ist noch eine Montageanleitung dabei. Ein kleiner Inbusschlüssel, zwei Schrauben, ein bisschen Muttern. Also ich denke, das sollte machbar sein, so etwas anzubauen. Neben der Bedienungsanleitung ist natürlich hier dieser Auspuff an sich dabei. Dann haben wir hier einen schönen Satz von Aufklebern. Dann sind hier noch Motocards. Das sind die, die nachher hoffentlich die Geräusche verursachen, die wir hören. Dann ist hier die Halterung. Turbospoke. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und wir haben hier noch die Blende. Die wird vermutlich nachher hinten so eingepasst. Aber schauen wir mal. Laut Bedienungsanleitung drücken wir jetzt hier dieses Gummi einmal in diese Führung rein und müssen den Turbospoke praktisch mit der Innenseite Richtung Fahrrad hier raufklipsen. Sitz und praktisch hier durch jetzt mit Mutter und Schraube festschrauben. Mal gucken, ob das so einfach geht, wie alle behaupten. Wenn man es findet. Ja. Fast schon mal. Gut. Erst mal einmal ungefähr handfest. Als nächstes sollen wir den Auspuff, der sieht so aus, hier ranstecken. Da rein. Und so weit drehen, wie wir ihn möglichst schnell rankriegen. Oh, das ist schon so eher die richtige Stellung. Und dann können wir es jetzt wirklich mit dem Inbuschlüssel festziehen. Jetzt habe ich natürlich wieder einmal nicht die Bedienungsanleitung gelesen. Wir müssen diesen kleinen Sicherungsstift, den müssen wir hier an der hintersten Schraube nochmal festmachen. So, jetzt ist der dran. Der Sicherungsstift passt da auch oben rein. Das heißt, wir können das Ding schon mal jetzt fertigstellen. Jetzt ziehen wir mal die Schutzfolie hier nochmal aus dem Ding raus. Dass der jetzt rausgeht, ist völlig normal, weil das ist mit diesem Sicherungsstift nachher zu machen, dass man den nochmal ganz schnell abnehmen kann. Man will ja nicht immer den Radau haben. Hier kommt praktisch die Endkappe obendrauf. Und den wieder da rein. Die Endkappe drehen wir, aber weißt du, wie schön ein Bedebrichchen-Moped so aussieht. Und dann ist im Prinzip, hat man jetzt diese Karten, die machen unterschiedlich Radau. Die rote soll am meisten Radau machen, deshalb nehmen wir die auch als erste. Und schieben die hier rein, bis sie zwischen die Speichen geht. Und jetzt sind hier oben so eine kleinen Nippel drin, kann die Kamera nicht erfassen. Und die schieben wir jetzt über dieses Loch. Und können praktisch jetzt mit dem Sicherungsstift den da durchstecken durch die Karte in den in den Ausbruch. Wie das kleine Kinder machen, sollen wir sie auch noch nicht. Aber im Prinzip ist damit schon die gesamte Installation erledigt. Und jetzt machen wir ein paar schöne Aufkleber auf. Und dann schmeißen wir den Hobel mal an. Und ich würde sagen, wir schmeißen den Hobel mal an. Sollte ich mich verstehen, vermute ich nicht. Also macht schon richtig Radau. Ob man sowas braucht oder nicht. Ich glaube das Schöne daran ist, dass man so einen Scheiß nicht braucht. Aber ein bisschen Spaß macht das alle Male. Und ich sage mal, jetzt lassen wir mal den jungen Willen mal mit losziehen. Und wenn ihr Lust habt, schraubt euch so ein Ding an euren Rasenmäher oder wo auch immer. Von daher bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Klaus grillt Feins, grillt Barbecue. Macht's gut. Applaus Applaus